Musik Mich bewegen Themen wie Sport, Reisen, Musik, Familie, Freundschaft, aber zur momentanen Zeit natürlich auch Gesundheit und Freiheit. Diese Dinge machen mir Spaß und geben mir Kraft. Jedem bewegt natürlich Corona. Maske tragen, Abstand halten, keine Schulen, sondern ein Homeschooling oder Homeoffice, keine Konzerte oder sonstiges. Aber was mich wirklich bewegt, sind meine Familie, mein Pflegepony und meine Kaninchen. Was mir in dieser schwierigen Zeit Kraft gibt Ich bin gerne in der Natur unterwegs, wandere gerne, Fahrradfahren zählt ebenfalls zu meinen Hobbys, die ich trotz Corona ausüben kann. Unternehmungen mit der Familie geben mir Kraft, diese schwierige Zeit zu überstehen. Mein Wunsch an alle für die Zukunft Nach den Hausaufgaben eine Runde zu spielen, ist wirklich entspannt und bringt auch Abwechslung. Aber was gibt mir wirklich Kraft? Eine Sache, die mir auf jeden Fall immer Kraft gibt, sind meine Geschwister und allgemein meine Familie. Und auch geben mir meine Freunde Kraft. Auch in Corona-Zeiten durch Anrufe geben sie mir immer Kraft. Abwechslung. 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 Abwechslung.